Making you faster. Das ist das einzige Ziel, das wir bei SIP seit mehr als 30 Jahren verfolgen. Die Hookless-Technologie ist die nächste Evolution dieses Ziels für unsere Rennräder. Wenn du Mountainbiker bist, bist du wahrscheinlich schon mit der Hookless-Technologie vertraut. Wenn das Konzept jedoch neu für dich ist, fragst du dich vielleicht, was den Reifen auf der Felge hält. Zum einen ist da der Reifendruck. Beim ersten Aufpumpen drückt der Luftstrom gegen die Reifendecke und sorgt dafür, dass der Wulst aus der Mitte an die Felgenflanke rutscht. Der Reifen wird dann sicher auf der Felge gehalten. Die gleiche Art und Weise, wie die Felge an einem Auto funktioniert. Oder am Motorrad. Oder sogar an einem Jumbo-Jet. Sie sind alle hakenlos. Die European Tire and Rim Technical Organization, auch bekannt als ETRTO, hat Herstellungsstandards für die Hookless-Technologie festgelegt, die international übernommen werden. Wir fertigen unsere Felgen nach diesem ETRTO-Standard mit einer Toleranz von plus minus 0,1 mm, also etwa einer menschlichen Haaresbreite, sodass ETRTO-konforme Reifen und Felgen perfekt zusammenpassen. Als Teil dieses Standards begrenzt die ETRTO den Reifendruck auf maximal 73 PSI oder 5 Bar, was sehr niedrig erscheinen mag, aber dazu kommen wir noch. Es dient der Sicherheit und, ob du es glaubst oder nicht, der Geschwindigkeit. Ja, mit Hookless wird man mit einer breiteren Felge und niedrigerem Luftdruck tatsächlich schneller. Dies geschieht durch die Reduzierung von Energieverlusten durch Vibrationen. Unsere Hookless-Felge, die mit einem niedrigeren Druck läuft, macht es dem Fahrer deutlich leichter, rauen Straßenbelag zu überwinden. Auf einem holprigen Untergrund, der mit 32 Stundenkilometern befahren wird, kannst du bis zu 50 Watt an Leistung sparen. Breite Felgen mit niedrigerem Reifendruck verbessern nicht nur die Fahreffizienz, sondern sorgen auch für mehr Grip beim Bergabfahren, in Kurven und für ein besseres Handling bei Nässe. Mit unserer breiteren Felge bekommt der Reifen eine breitere und kürzere Aufstandsfläche auf dem Boden. Dadurch wird der Reifen weniger verformt und der Rollwiderstand verbessert. So wird mehr von der Kraft, mit der du in die Pedale trittst, in eine höhere Geschwindigkeit umgesetzt. Unsere Hookless-Technologie schafft auch eine glattere und aerodynamischere Oberfläche, wo der Reifen auf die Felge trifft. Bis zu 15 Prozent des Gesamtluftwiderstandes werden durch Laufräder erzeugt. Hookless kann dir helfen, diesen Wert drastisch zu reduzieren. Diese Felgen machen dich auch schneller, weil sie deutlich leichter sind. Unser hakenloser Radsatz ist 300 Gramm leichter als herkömmliche Radsätze. Das entspricht in etwa dem Gewicht eines Glases Nuss-Nougat-Creme, das du nicht mitschleppen musst. Das Design ermöglicht es uns, das Carbon noch enger zu komprimieren, um weniger Material zu verwenden und eine noch stabilere Felge zu schaffen. Zusammengefasst erhältst du eine Felge, die leichter ist, dir mehr Kontrolle gibt und mehr Energie in deine Schnelligkeit investiert. Das ist die Hookless-Technologie. Das ist ZIP. Making you faster. Das ist die Hookless-Technologie. 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 Vielen Dank.